Ich bin so froh, wirklich, mir macht es hier immer so Spaß, Ratiofarm. Wenn ich mal in diese Halle gehe, denke ich, ich bin drauf. Es ist so voller Apothek, Ratiofarm. Ich sehe mich doppelt, Zwilling, es ist einfach... Jalop, es ist übrigens geil, wenn man bei euch, es ist ja so Multikulti in Ulm und Neu-Ulm, also wirklich, da höre ich ja nur noch so Wörter, Jalla, Jalla, Bruder, was geht, was geht, und was für Jogginghosen ihr habt. Bei euch gibt es ja Kanacken sogar. Ich habe hier, der Ali, das ist mein Libanese, winke mal, winke mal Ali. Ach, der sieht ja aus wie mein Ali. Alter, ich habe gedacht, das ist ja... Ohne Scheiß. Guck, jetzt gehen wir nebeneinander. Nein! Das ist krank. Ich habe eben noch gedacht, hey, Samar, hat er sich umgezogen, hat er nie Krawatt angezogen. Alter Vater, du siehst aus wie der. Ihr könnt Ratiofarm für Multikulti machen, oder? Und ich rede noch von Zwillingen. Das ist ja krank. Heus nachher fährt der mich wieder ins Hotel, ich merke es nicht. Natürlich.